servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal dank dem ptr ist jetzt bekannt welches mount wir in season 2 von dragonflight für den keystone master erfolg bekommen also was wird es sein ist es ein cooles einzigartiges mount oder ist es vielleicht ein neuer skin fürs drachen reiten der das ganze ein bisschen auf hübscht weil wir können jetzt hier keine flugmounds benutzen und im pvp gibt es das ja auch nein gibt es nicht und die spieler sind genervt davon ihr habt es eben schon mal kurz gesehen das ist das neue mount welches wir in patch 10.1 für den keystone master erfolg bekommen zwei sachen dazu wir müssen das ein bisschen aufdröseln das mount als solches finde ich tatsächlich hübsch es ist natürlich so war das in den vergangenen seasons auch immer oder auch in den vergangenen addons es ist natürlich wieder ein recolor da brauchen wir nichts dagegen sagen ich glaube unter schlüsselstein genau da ist es das hagelssturm panzer don das war das was wir in season 1 bekommen haben und jetzt gibt es halt das viech in einer anderen farbe war zu erwarten hätte mich stark überrascht hätten wir dann eine andere anderes mount bekommen und so weiter und so fort das model als solches finde ich recht schick aber wie gesagt es ist halt nur ein recolor jetzt haben wir aber den folgenden part dass die spieler in verschiedensten medien etwas angepisst sind vor allem auf reddit und auch unter diesem artikel von ic veins gibt es auch einige kritische kommentare eigentlich sind fast alle kritisch und das hat mehr oder weniger zwei gründe grund nummer eins es ist halt ein boden mount also in den vergangenen seasons haben wir wenigstens mounts bekommen mit denen du fliegen konntest also mit denen allen mit diesen würmern konnte man fliegen und so weiter und so fort also ich sag mal so boden mounts werden zumindest in der open world von vielen in der community nicht so ganz geschätzt weil sie halt begrenzte einsatzmöglichkeiten haben und sind wir mal ehrlich wenn man außerhalb der drachen inseln irgendwo unterwegs ist sitzt man sehr sehr selten auf dem boden mount ich tatsächlich eigentlich nur wenn man irgendwo in einer instanz unterwegs ist part 2 warum die leute sauer sind ist die tatsache dass diese mounts a schon nicht fliegen können und b noch unbrauchbarer sind dadurch dass wir eigentlich das drachenreiten haben viele leute würden sich wünschen dass wir auch für mythisch plus also für den keystone master einen skin fürs drachenreiten bekommen einen individuellen und tatsächlich muss ich da sagen aus sammler sicht finde ich schöner dass es ein mount ist weil das den mount carter vorantreibt aus praktischer sicht wäre aber wahrscheinlich so ein skin die bessere lösung denn in sachen pvp hat blizzard das auch gemacht da gibt es hier dieses blutroter gladiator drachenviech welches der skin aus season 1 ist für den hochland drachen natürlich kann man das nicht ganz vergleichen hierfür muss man den gladiator rang holen das ist eine ecke schwerer als keystone master sich zu holen aber tatsächlich würde ich auch sagen wenn ich die pvp belohnung hat wenigstens nutzen man kann dieses mount präsentieren weil man es auch nutzt während hingegen dieses viech was es dann für mythisch plus gibt naja kannst es weder fliegen hier du kannst es nicht als drachenreit mount benutzen dementsprechend kann ich den frust schon verstehen der leute allerdings habe ich vorher halt auch nichts erwartet weil mir eigentlich ziemlich klar war dass das wieder einfach nur ein recolor werden wird und fertig ist die laube ihr könnt aber trotzdem gerne mal in die kommentare schreiben was ist eure meinung dazu würdet ihr ein mount das sieht super sick aus auch noch diablo 4 würdet ihr ein dragon riding skin bevorzugen gegenüber diesem bodenreit mount oder ist euch das ehrlich gesagt komplett egal schreibt es gerne mal in die kommentare wie gesagt und damit danke fürs zusehen ich wünsche euch noch einen schönen sonntag lasst es euch gut gehen und reingehauen